Hey, wir tragen das so rum, wie so Vlogger das machen. Aber du sagst sowas. Wir drehen. Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zum Drehtag 10. 10? Ich glaube, Drehtag 10. Ich glaube, wir sind in der 12. 12. Herzlich willkommen zu Drehtag 12. Ist heute deine Aufgabe, Ihr Tipp? Meine Aufgabe ist hier, YouTube-Fan zu werden. Davon seid ihr alle Teil. Das freut mich sehr. Ganz, ganz spektakuläre Dinge. Wir haben anderthalb Stunden zu spät gegessen. In der Schule waren wir drei Stunden zu lang. Was ist das überhaupt für ein Projekt hier? Rampensau. Ab Herbst auf Vox laufen. Ganz gute Geschichte. Ganz, ganz tolle Story. Markus, souverän. Souverän, wie er das macht. Klasse. Guck mal, da ist unser Team. Kann ich vorstellen, da? Danke aus. Genau, hier ist nämlich unser Team. Das ist Savas, unser zweiter Tonangler, Lenius. Max, Max, Sean. Wer haben wir denn noch? Guck mal, Alex steht da. Max, guck mal, das ist Max. Hier ist sein Mikrofon. Sag mal was. Damit du auch YouTube-Fan wirst. Was machen wir denn hier heute? Ich? Auf dem Schotterplatz rumfahren? Was ist denn deine Aufgabe heute? Du bist nur Stefan. Wir gehen wieder auf Anfang. Wir drehen noch mal. Ja. Meine Damen und Herren. Okay. Guck mal, jetzt drehen wir endlich mal Sean. Sean? Das ist Sean's Cretton. Das ist unser Setaufnahmeleiter. Aus. Dann fährt er weg und dann können wir ganz in Ruhe zur Base fahren. Genau. Können bitte ihr beide rüber? Ja. Ich würde gerne dieses Angebot wieder an Jasna machen, dass sie dann bei dir umziehen können. Das ist im Schluss ein bisschen besser von dort aus nach Hause. Fabian hatte 200 Euro verloren. Guck mal, das ist Andrea, die wir da vor uns sehen. Warte mal. Aber die war cool. Du musst mal Sean filmen, der sieht aus wie so ein Eisverkäufer. Guck mal, das hier ist Marvin und ich. Hallo Marvin. Hallo ich. Hallo Marvin. Hallo ich. Hallo Marvin. Sean, der englische Eisverkäufer. Ich vergesse das nicht. Keine Angst. Wir drehen. Sind wieder dabei. Souverän. Markus immer noch im Rückstand tatsächlich. Er ist aber auch zu entspannt, der Junge. Markus. Heute hier live am Set von? Äh, Rampen. Ach, wir machen es nochmal. Wir machen es nochmal. Wir machen es nochmal. Wer warst du? Ray Charles? Ne, der andere hier. Stevie Wonder. Noch nicht genau wo Timbo verschwunden ist. Ja, dann geht es. Also, ich sage nochmal, für Elise ist das Einfache, was man spielen kann. Tja, meine Talente liegen eindeutig nicht im Klavier. Schönen guten Tag Andrea. Guten Tag. Wir brauchen noch einen Titel. Mit diesem Wuschel hier auf dem Tisch. Ja. Wir brauchen noch einen Titel für unseren Betonrausch. Hast du denn die Idee? Kann ich mir drüber erstmal Gedanken machen? Na klar. So, Markus hat ein Problem. Was haben sie denn gemacht? Na, er ist aus der Führung raus. Theoretisch müsstest du jetzt die ganze Verkleidung abschauen? Ja. Ein schickes... Ist halt schwerig. Ich helfe dir auch dabei. Es ist eine große, große Lampe. Ich kann ja auch bei der Mittagspause nochmal mit Leo drüber abquatschen. Oder weiß nicht, ob dein Philipp mal wieder da ist. Ne, er kommt hier heute. Was denkst du denn? Du bist doch hier bei Stillstehens 2.0 oder? Oder? Stillstehens 2.0. Wie leuchtest du jetzt? Wie leuchtest du jetzt? Verschiedlich von Ebenen. Er hat seinen Sandsack kaputt gemacht. Ja. Ah, ist er kaputt? Ja. 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 Du musst ja letztens überhaupt hören. Ja. Wie fährt er mit? Ey. Maurice. Nee, nee, nee. Du, kann ich hoch noch? was meinst? Ja, nee, nö. Du, cái mercatile Ball. Untertitelung. BR 2018